Leute, was geht damit? Herzlich willkommen zu diesem kranken neuen XP-Glitch. Ich habe einen richtig kranken neuen XP-Glitch für euch. Dafür, Leute, müsst ihr genau diesen Insta-Code benutzen. 619685219825V28, Leute. Ganz wichtig, macht ihr Wildschock Version 2.8, sonst geht das Ganze nämlich gar nicht. Falls du, wie gesagt, keinen XP-Glitch mehr verpassen willst, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. So, Freunde, wir müssen einfach das Ganze mal an dem Spiel starten, Leute. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, gerne wieder hier hinlaufen, Freunde. Um mehr XP zu bekommen, könnt ihr gerne hier meinen Greater Coder Timo eintragen. Kurs geht schon mal raus. Jetzt, Freunde, müssen wir einfach ganz normal hier drehen, Leute. Und quasi einfach hier zu dieser Kamera hingehen, Freunde. Hier sind einfach drei Fragezeichen. Wir klicken einfach hier drauf, Leute. Und jetzt bekommen wir schon unendlich XP. Viele würden sagen, das ist wenig, Freunde. Wir bekommen das Ganze aber Wildschock in echt. Und das Ganze auch unendlich, Freunde. Wildschock guckt hier unten. Ihr könnt aber auch mit ein paar Freunden hier nebenher chillen und nebenher ein paar Wondivons machen. Und ihr bekommt immer in der Zeit XP, was schon mal sehr, sehr nice ist, Freunde. Und auch Wildschock ist sehr, sehr krank, Leute. Schreibt mir gerne in meine Kommentare, Leute, wie ihr diesen XP findet. Und dann würde ich sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö.